Ihr erster Test bestand darin, den Volt zu erreichen. Jetzt beginnt der wahre Test. Derzeit gibt es in Volt 51 keinen Aufseher. Sind Sie es? Wir brauchen dringend einen Anführer. Also habe ich einen einzigartigen Bewerbungsprozess entwickelt. Nur ein Kampf bis zum Tod kann den überlegenen Kandidaten mit Sicherheit bestimmen. Das dürfte interessant werden. Das dürfte interessant werden. Das dürfte interessant werden. Es kann nur einen Aufseher geben. Viel Erfolg!